Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Präsident, anlässlich der beiden Redner vor mir möchte ich das eigentlich kurz machen. Ich möchte auch noch mal sagen, zuweilend habe ich auch, Herr Kollege Schemmer, Ihre Analysen geteilt, die Sie auch durch Ihre Kenntnisse aus dem Bereich Bauen und Wohnen sicherlich auch häufig sehr detailliert vorgetragen haben. Aber nachdem wir alle dem Kollegen Hilser zugehört haben, denke ich mir, wissen wir, wo die tatsächliche Fachkompetenz im Bauen und Wohnen in Nordrhein-Westfalen liegt, nämlich bei Rot-Grün. Und damit möchte ich schließen. Herzlichen Dank.